Top 3 Tipps für Außenverteidiger Tipp Nummer 1, du nimmst den Ball offen mit, sofern kein Gegenspieler vor dir steht Tipp Nummer 2, du nimmst den Ball wieder offen mit, machst ein paar Meter und danach machst du eine Passtäuschung in die Mitte Tipp Nummer 3, du nimmst den Mitspieler mit, danach brichst du ab und verlangst den Ball